Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Hardcore. Letztes Mal sind wir durch drei Baby Zombies, die komischerweise auf einmal da waren. Verreckt. Einen haben wir noch gekriegt, aber die anderen, naja, okay. So, heute nochmal das gleiche Spiel. Mal schauen. So, wieder Let's Play. Vielleicht speichern wir ja auch mal, deswegen. So, Game Mode Hardcore. So, hier wieder den Key. Machen wir wieder unsere... So, mehr Wayne. Okay. Let's go. So, mal schauen. 46 war der Rekord, glaube ich. War der 44 oder 46? Ich glaube 46 war's. Aber erstmal ein Schluck Energy Drink. Hm. Dschungel. Direkt daneben der Wüste. Passt ja super zusammen. So, erstmal umgucken hier. So, Weltlade bitte schneller. Was geht da oben ab? Okay. So. Geben die Äpfel die Bäume hier? Ich glaube eher nicht, ne? Kakaobohnen kann man ja auch irgendwie nicht essen. Außer Cookies mitmachen. So, aber wir gucken uns jetzt erstmal rum. Vielleicht finden wir ja irgendwie Chicken oder sowas hier. Chicken. Oh, Chicken. Komm hoch hier, den Scheiß. Danke. So. Ja, jetzt wird mein Rechner wieder laut, ey. War ja typisch. Epileptisch, ne, ey. So. Ja, hier ist irgendwie nichts los. Was ist dein Problem, Junge? Letztes Mal hatten wir Glück mit Kühen. Und was soll ich in der Wüste finden? Und hier, hier gibt es ja nicht mal ein Tier. Nicht mal Schafe gibt es hier. Nicht mal Hundis. So, nun Kack. Ich laufe hier rum und hier scheiß auf den Setzling da. Auf den Samen. Auf den Fied. So. Komm hier. Mach kein Miesen. Allein hier durchzurennen ist auch immer lustig. Hoch, runter, hoch, runter. Was geht einem auf dem Sack und auf dem Magen? So, ich meine jetzt hungertechnisch. Weil, ist ja Hunger halt, ne? Wo ist der? So, Alter. Jetzt leckt es hier. Ah, Chicken, Chicken. Chicken. Hey du, Bro. Was geht ab? Ich brauch dich. Sofort. Verpack. Scheißegal, ich jag dich bis zum Mond. Ich hab Hunger. Alter. Die sind so klein. So. Einschicken hab ich. Okay. So, ich brauch auch Holz. Ja, weil, ne? Wegen Holzkohle und sowas. Falls wir keine Kohle finden oder so. Oder uns halt noch nicht in die Höhle trauen. Ich bin immer noch fertig vom letzten Mal, ey. Alter. Wie viel jetzt brauchen die? Drei. Vier. Okay. So, Hunger hab ich jetzt schon. Okay. Aber, wir nutzen das natürlich anders. So. Wo gibt's noch mehr Chicken? Mir egal. Ich baue jetzt hier erstmal einen Baum ab. So. Ich geb mir den Scheißholz hier hier. Jetzt kriegen wir auch noch... Äh... Dingster-Bumpster. Grad hatte ich noch das Wort. Äh... Kakaobohnen. Ja, doch Kakaobohnen, oder? Ja, müssen wir das. So, scheiß drauf. Hier kommen wir nicht. Mir jetzt egal. So. Gibt's hier noch irgendwo Hühnchen oder sowas? Schafe wär auch nett. Weil dann bräuchte die Nacht nicht online sein. Online ist auch gut. So. Was ist das denn da? Keine Ahnung. Jedenfalls ist hier die Wüste groß und scheiße. Und nebenan ist Wasser. Ey Schaf, was geht ab? Yo, Bro. Alles klar bei dir? So, danke. Wolle Nummer 1. So, du siehst doch gut aus hier, ne? Du bist doch schön gefangen hier. Dich können wir einfach gegen die Wand schlagen. So. Wolle Nummer 2. So. Und dich hier. Ist das Schaf hier drin? Haha. Hi. So. Läuft, ne? So. Ja, dich lassen wir jetzt in Ruhe. Erstmal. Ja, ich glaub ich baue mir hier meine Hood. Oh nein, ich vollidiot. Ah. Was du noch behindert hast, das ist Hansa, ey. So. Dum dum dum. So. Äh. So. So. Jetzt wird hier erst mal was gebaut. So. Hier Erde können wir noch so verkloppen. Da oben ist auch Kohle gleich. Ist gut. Äh nein. Hier bitte. Hütte. Jetzt müssen wir wie letzte mal bauen wir hier unsere Hütte. Unser Berg. Bergstollen. Bla. So. Ja. Heftleben wieder weg hier. Also meine von der Essensanzeige. Anzeige. So. Erstmal jetzt hier. Junge. Lukungs wieder mit rein. Wie beim letzten Mal. Diesmal sind wir auch nicht in einem Wald. Äh. Dingsdarmustergebiet. Schneegebiet. Sondern in einem. Äh. Dingsdarmustergebiet. So. Rufen wir da hier hin klatschen. So. Mit einer Holzspitzhacke kann man noch Kohle abbauen. Oder? Geht das? Oder geht das nicht? Doch. Es geht. Gut. Dann machen wir uns keine Kohle. Dann bauen wir den hier einfach ab. Den hier. Den Kohle. So. Die Kohle. Die Erde. Der Baum. Der Energy. Der Energydrink. So. So. Oh. Computer. Bitte. Tu mir das doch nicht an. Ey. Ich muss den unbedingt unter den Schreibtisch stellen. Über den Schreibtisch. Ey. Ich weiß auch gar nicht warum ich den hier stehen hab. Ach ja. Als ich den. Äh. Repariert hab. Sozusagen. Dann musste ich die ganze Zeit. Oh. Da war noch was. Ey Schaf. Schon wieder ein Schaf von meiner Hütte. Ist das so ein schlechtes Omo oder wat? Alter. Wehe. Alter. Okay. Ich lass dich diesmal am Leben. Aber wehe. Du schickst mir wieder drei Babyzombies auf den Hals. Aber du kommst nicht in meine Hütte. Hier. Meine Hütte. So. Äh. So. Dann hier erstmal. Zwei Chickenbraten. Super. Werd ich nicht mal versatt von. Ich brauch essen. Den Scheiß hier ey. Leute. Leute. So ne Kacke. Das war schlecht als ich den Seed weggeschmissen hab. Weil. Ich könnte Seeds gebrauchen jetzt. Und ich weiß. Oh. Ich hab ja schon drei. Das geht ja relativ flott hier. Vier. Oh. Gleich. Hab ich Hunger. Fünf. Komm ein noch. Dann scheiß das auf. Ah. Da. Sechs. Äh. Ja. Da will ich nicht runter. Toll. Näh. Wow. Komm hier. Oh. Zur Duft zum Scheißen. So. Äh. Hier. Zwei Chicken essen schnell. Ja. Nicht mal satt werde ich davon. So ne Scheiße. Äh. Ja. Was brauche ich noch? Äh. Ja. Diesmal ist es ein bisschen lustiger mit dem Hunger. Ne? Da ist es ein bisschen schwieriger heute. So. 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 Okay. Hier. Sofort am Wasser. Pflanzen wir sofort. Das gibt es ein. Vielleicht bringt es ja was. Ich weiß ja nicht wie schnell die wachsen. Nein. Erst du. Dann du. So. Mal schauen. So. Ich gehe mir jetzt noch irgendwas suchen. Hier zu essen mäßig. Bevor es dunkel wird. Ja. Wird gleich dunkel. Scheiße. So. Aber ich muss ja die Nacht nicht wach bleiben. Weil ich habe ja ein Bett. So. Hoffentlich finde ich jetzt noch irgendeinen Chicken oder sowas. Wie viel Angriff hat die Waffe? Gar keinen. Die hat schon. Okay. Dann wird es wieder eine Spitzhacke. Eine Holzspitzhacke. Oh ja. Doch. Chicken. Chicken. Sauber. Warum habe ich die gerade nicht gesehen? Growl. So. Wieder einen Chicken. Okay. Aha. Noch einen Chicken. Wie kommen die da rein? Haben die da hier ein Nest gebaut oder was? Ah. Mach jetzt das Ding fertig. Boah. Und es jetzt weg ist. Dann gibt es Ärger. Da. Chicken. 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 Opao. Komm her. Alter. Hörst du mich verarschen. Danke. So. Und jetzt abschneiden nach Hause. Weil dunkel. Böse Typen kommen. Vorbei. Zeugen die Rovers. Kommen vorbei. Ja. Äh. Sind wir hier richtig? Ja. Wir laufen einfach mit dem Strand entlang. Wir haben ein Ei. Yay. Oh. Oh Mist. Wir brauchen noch eine Tür. Diese Schafe. Das geht doch wieder nicht gut aus hier. So. So Leute. Eine Tür einbauen. Zack. Rein hier. Können wir noch. Äh. Zwei Chicken braten. Haben wir erstmal Licht. So. Und dann bauen wir uns hier noch ein bisschen. Breiter auf. Damit das Bett hier hin passt. Und die Musik sitzt wieder ein. Und ich hoffe sie ist trotzdem nicht zu laut. So. Wir haben drei Federn. Yay. Und die Spitz hat jetzt alle. Äh ja. Was heißt das? Neu machen. So. Gut gut. So. Ich glaube einen können wir hier noch bauen. Ich bin das so gewohnt, mit der Diabantspitze hier rumzulaufen und zu geraden. So, essen, yeah. So, jetzt halben wir uns erstmal. So, jetzt haben wir jetzt auch wieder hier Wolle. So, und einmal abratzen, nein. Ich wollte hier, so. Gut, gut. So, oh, ja, da hat sich ja gut getroffen, dass es hier hell war. So, erstmal jetzt hier wieder ein paar Fackel machen, hier reinstellen. So, draußen lassen wir noch schnell alles verbrennen, falls was da ist. Und so machen wir hier so lange die Decke. Wie beim letzten Mal auch schon. Und hoffen diesmal, dass wir nicht sofort verrecken. Drei Babyzombies, ey. Drei Stück, wo kommen die her? Ja. Und die machen dann ja auch so viel Sau-Schaden, so. Sau-Schaden. Äh, ich brauche ein Schwert, bevor ich rausgehe. Äh, und ich brauche Holz unbedingt. Äh, nicht wieder den hier wie beim letzten Mal, sondern den hier. So, das kommt da hin. Du kommst nach da. So, und eine Axt wäre gut. Für ein bisschen Holz. So, okay. Jetzt können wir uns raustrauen. Irgendwas hier? Nö, okay. Gut, dann mach ich nicht. Oh, ha, 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 ha. Scheiß Skelett. Hock das da so? Einfach so. Ja, natürlich unter nem Baum. Kackviech. 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 So, ich laufe jetzt hier einmal rum. und guck, ob ich noch irgendwo Chicken finde. Weil wir haben doch Hunger, ne? So. Ich sag viel zu oft so, aber das geht dem meisten so. Haha, so. Geht dem meisten so. Oh. So. Okay. Dann laufen wir jetzt hier rum. Und schauen nach Hühnchenausschau. Aber irgendwie sehe ich hier nichts. Oder bin ich nur blind. Am Rand sind jedenfalls... Ah, Chicken! Yay! Wenn man vom Teufel spricht, gib mir Chicken. Meister Chica. Jetzt. Danke. Wir wollen nur noch einen Hit dafür. So, hier kommt. Vielleicht machen wir jetzt einen besseren Highscore hier. Als das vom letzten Mal, die 46 Punkte. Ist das Wolle? Ne, ist ein Chicken. Und ein Ei. Yo, Homie. Was geht? Bro. So. Nase juckt. So. Äh. Nein, ich geh in, Hansa. Du bist nicht müde? Nein, das bildest du dir nur ein. So. Einmal hier hoch. Darunter. Da haben wir noch ein bisschen Proviant. So. Ey, Bro. Was geht ab? Wir fällen dich hier erstmal, ne? Äh. Ja. Hat sich ja gelohnt. Vier Stück. Naja. Gut. Wenn man hier so an welche Bäume hier denkt. So, okay. So, okay. Schon wieder so. Hier ist ein Teich. Super. Find ich gut schon, der Teich, dass du da bist. So, die nächsten Baum. Das ist halt so eine Angewohnheit. Man, ich würde so gerne das Binding of Isaac let's playen. Aber Fwerb sagt nein. Und das Binding of Isaac sagt auch, nee, fick dich. Fwerb, keiner mag dich. Du weißt schon Bescheid, so. Ein Ei. Wenn hier ein Ei ist, das bedeutet... Mieze Katze! Die hat mir doch nicht alle... Die scheiß Katze! Aber zum Glück liegt hier noch Hühnchen und so. Ey, du, Bro. Tschüss. So, die scheiß Katze hat die ganzen Hühnchen hier gefressen. Na, außer dich. Kann die Katze Hühnchen fressen? Oh! Mau! Mau! Holst du ein Ei? Zack, ins Gesicht. So, wo waren hier die Hühnchen? Zwei sogar. So, jetzt du hier. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt... Dann schwimmen wir mal hier rüber. Halt noch mehr... Auch schauen nach Hühnchen. Und dann... Ja, was machen wir dann? Weil hier ist ja nirgendwo ne Höhle und... Durch die Wüste latschen. Ja, warum nicht? Eigentlich da, Hühnchen. Schwimmendes Hühnchen. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Aha! So, das Ei nehmen wir trotzdem noch mit. So, schnell auftauchen, bevor wir verrecken. Da ist die Sonne. Wir haben Mittag, okay. So, ich hoffe, das Skelett ist nicht mehr da gleich. Ah ja, hier waren wir schon. Also war doch hier irgendwo ne Höhle, aber... Ah. Vielleicht finden wir ja nen Tempel. Aber das ist ja keine gute Idee reinzugehen, weil... Einmal auf die falsche Taste und macht Feuerball Jungen. So, weh, das Skelett ist noch da, ey. Kein Bock. Aber, naja, so schlimm wär's auch nicht, glaub ich. Weil ein bisschen Wissen haben wir ja. So, erstmal hier wieder den Baum mitnehmen. Weil er halt dafür da ist, um mitgenommen zu werden, so. Drei Holz ist jetzt nicht super, aber egal. So, hier haben wir wieder nen großen Teich. Der nicht mit dem Meer verbunden ist. Wie viele... Obdupanten hier sind, ey. Oh, zwei Chicken auf einmal. Drei Chicken. Alter, was ist dein Problem, Junge? So, bin mir wieder heil. Vier Chicken. Schnell auftauchen. Wie das Viech mich auch anguckt. So, und hier liegt doch bestimmt unten noch irgendwo was rum. Oder? Ja, ja. Ich glaub, jetzt hab ich alles. Glaub ich, hoffe ich. Wenn nicht, ist egal, wir haben zehn. Das reicht auch erst mal. So. Äh, ja. Die spawnen noch nach, die Chicken, oder? Sonst wären hier jetzt ja nicht gerade so viele gewesen, weil... Wir waren ja... Wir haben ja schon mal eine Rundreise gemacht. So, da oben ist das Skelett, seine noch. Aber ich hoffe, es ist decayed. So. Ist mein... Ah, hier ist mein... Ah, hier wächst alles schön. Da ist das Schaf. Das Skelett ist weg. Ist bestimmt in unserer Wohnung drin. Ich wette ich mit dir. So Skelett, was geht ab? Hast du dein Problem? Nee, doch nicht. So. Du hast zu klatschen. Perfekt. Erst mal so ein Ding hier bauen. Äh, dann hier können wir das Fünkchen hier reinklatschen. Gut, und ich würde sagen, wir bleiben noch eine Nacht hier und noch so ein bisschen. Dann gehen wir durch die Wüste und suchen uns ein neues Haus. Wir nehmen einfach alles Wichtige mit. Und dann ziehen wir halt weiter, ne? Wir ziehen von Stadt zu Stadt, zu Land zu Land, bla 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 bla. So, hier war das Scheiß-Skelett. Ich rieche es noch. Wie es stinkt. Nach Tod und Verwesung. Ja, ja, so riechen Skelette. So, und komm. Arschbombe. Wuhuuu. Yay. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, das ist jetzt scheiße, was... Also, da war ein Enderman. Ist das ein Enderman? Ich würde es nicht angucken. Aber ich glaube eher nicht. Aber da war einer. Das weiß ich. Und da bilde ich mir jetzt schon Sachen ein. So. Gib mir Holz. So. Äh, die Sonne geht unter. Langsam aber sicher. Ich nehme ja hier noch ein bisschen so Sand mit. Weil wir haben ja gleich nicht genug Sand durch die Wüste. Nö. So, und falls wir hier noch irgendwann wieder herfinden, dann haben wir hier ein sicheres Häuschen. So. Ich sage immer zu oft so, aber es ist halt so eine Angewohnheit. Und das ist, glaube ich, kein Enderman. Ich habe gedacht, das Schwarze da wäre so ein Enderman. Die Lücke von dem Baum da. Na ja. Gut, gut, gut. Wir halten mal. Gut, wohin rennen wir dann? Ich würde sagen, hier in die Richtung gleich. Wir rennen natürlich gegen ganz viele Kacktehen und dann sterben wir. Oh nein, ich muss gehen. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Die Sonne geht gleich unter. Das ist gut. So, hier kommen wir noch mit hier. Machen noch ein bisschen Terraforming. So, damit es hier auch ein bisschen besser aussieht. Ja, es sieht jetzt hier auch so wie so ein Eingel. So, okay, nehmen wir die Kohle mit. Was sollen wir eigentlich mit diesem eiern? Nichts. So, essen wir das Ding. Gehen schlafen. Und stehen am nächsten Morgen wieder auf, hoffe ich. Oder kriegen wir einen Härtefakt? Nee. Das gibt's noch nicht. Äh. Gut, dann nehmen wir den mit. Dann nehmen wir das Ding mit. Und dich. Den Rest lassen wir in die Fackeln und die. Den Rest hier die Tür und so. Boah, jetzt haben wir eigentlich alles dabei. Ja. Und wir ziehen weiter. So, von Spawn weg. Durch die Wüste. Durch die Affenhitze hier. Wir haben nur gebratene Hühnchen dabei. Und natürlich ein Energy Drink. Man gönnt sich ja sonst nichts. Okay. Ja, hab schon gedacht, hier. Was ist denn das? Aber Sandstein. Ah, es leckt. Das, hör auf. Böse. Oh, hell. Oh, ho, 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 ho. Oh, что... Wenn du mir